hallo leute herzlich willkommen zu einem kleinen infovideo zu den aktuell auf meinem kanal passierenden projekten und zu dem was so alles geplant ist etc pp herzlich willkommen kurze übersicht auf die dinge die da passieren und passiert sind first of all ich habe diese woche mal eine woche urlaub bedeutet ich versuche diese woche urlaub zu nutzen um möglichst viele dinge aufzunehmen beispielsweise ihr seht schon hier in den orangenen kästchen ich habe die komplette welt aufgenommen für die zekler karriere werde da jetzt natürlich nicht spoilern ich möchte nur so viel sagen es ist ein spannendes rennen auf jeden fall geworden und ein rennen was man sich denke ich mal auf jeden fall gut angucken kann mehr sage ich dazu nicht ja aber schauen wir mal auf den upload plan den ihr wahrscheinlich alle schon kennt ich habe mittlerweile die vier spalten die wir haben einfach mal unterteilt in verschiedene slots das soll zum einen so ein bisschen mal im zeitmanagement dienen zum anderen aber auch einfach der der übersichtlichkeit und die uploads ein bisschen mehr strukturieren wir haben in spalte c den haupt slot also den den hauptprojekte slot ihr wisst ja ich habe ja im ich glaube september 2021 war das ungefähr als ich dieses info video gemacht habe wo ich am main stand habe ich ja angekündigt dass ich viele kleinere projekte machen möchte und das ist auch immer noch der fall leider sind diese kleineren projekte teilweise gar nicht so klein also el ero zum beispiel hatte ja sehr viele folgen und jetzt auch der pc im weltcup hat sich sehr sehr angezogen ich glaube wir am ende juni damit angefangen also das hat jetzt sehr lange gedauert aber wir sind in den letzten zügen so langsam aber sicher kommen die letzten folgen raus und am 14 10 ist dann der weltcup komplett beendet ihr seht schon als nächstes beginnt dann oder geht es dann weiter mit morhuhn der schatz des pharao und dann natürlich auch mit morhuhn der fluch des goldes die beiden morgen pointet click adventure das werden beide teile werden deutlich schneller gehen ich weiß nicht mehr genau wie lang diese spiele sind aber ich meine da werden wir so in zehn folgen maximal zehn folgen wahrscheinlich weniger pro spiel durch sein vielleicht werden wir auch für beide teile insgesamt zehn folgen brauchen kann sein das ist also das nächste projekt die beiden morgen adventure teile und da kann ich schon mal spoilern dass ich noch andere sachen vorbereitet vor habe für dieses jahr und die benenne ich jetzt mal und macht da nicht so geheimnis krematum wie ich das sonst immer mache zum einen möchte ich dieses jahr noch als plane wer weiß denn sowas das ist ein videospiel zu der quiz sendung die ihr vielleicht aus dem alt aus der ard kennt mit kai pflaume elton und dem einen typ den ich vergessen habe wie er heißt also eine quiz sendung spiel eventuell die eventuellitäten lassen wir mal raus was ich auch noch sicher geplant habe und das möchte ich dieses jahr auch noch bringen ist ein let's play zu f1 2012 aus dem grund dass es zehn jahre her ist die spiel sind mittlerweile also f1 2012 ist mittlerweile nicht mehr zu kaufen auf steam weil die wahrscheinlich es gibt allerdings in diesem spiel einige strecken diesen f1 2021 und 22 nicht gibt und dementsprechend finde ich lohnt es sich da mal reinzuschauen kleinen zeitsprung zu machen wir werden da eine karriere machen eine saison wirklich nur eine saison fahren jede strecke sich einmal anschauen und dann soll es das auch gewesen sein aber das kann ich schon mal ankündigen das wird auch kommen dann haben wir den zweiten slot und das ist der pcm slot wenn man so möchte habe ich jetzt montag nicht so genannt weil wir als hauptprojekt auch im pcm projekt hatten aber das ist der slot wo die unendliche karriere kommt zum einen das habe ich ja auch schon mal in einem community post geschrieben dass ich da jetzt so ein bisschen die thumbnails und auch den titel der folge so ein bisschen umbenennen werde es ist jetzt mittlerweile nicht mehr pcm 2022 auch wenn es hier im uploadplan noch fälschlicherweise so steht sondern es ist quasi die unendliche karriere oder kurz die uk und dann eben die folgen an zahlen da sind wir schon mittlerweile bei 850 folgen die unendliche karriere wahnsinn so so viele episoden also ich möchte das ganze einfach weil es halt ein großes projekt ist damals skydive dubai pcm 16 pcm 17 pcm 18 und da waren beziehungsweise sowas drin und dann jetzt der pcm 20 ist ja ein großes projekt und deshalb soll es auch als die unendliche karriere weiter zusammengefasst werden und natürlich zum anderen noch die maloja pushbikers karriere im aktuellen pro cycle manager auch die schon einigermaßen aufgenommen seht ihr ja und wird auch weiterlaufen das halt nach wie vor ein bisschen unregelmäßig wir werden da demnächst auch wieder streams machen aber nur dass ihr da auch schon mal bescheid wisst der dritte slot ist dann der ich sag mal wöchentliche slot oder der slot wollt regelmäßig aber nicht ganz so oft was kommt da kommt minecraft ihr habt sicher mitbekommen dadurch dass minecraft und formel 1 jetzt in einem slot ist habe ich minecraft jetzt von mittwoch und samstag hatten wir glaube ich umgeswitcht minecraft kommt jetzt immer am anfang und am ende eine arbeitswoche also montags und freitags gibt es immer eine folge minecraft ab jetzt einfach damit das nicht kollidiert kollidiert mit den formel 1 folgen die natürlich nach wie vor samstag sonntag jeweils rauskommen da haben wir jetzt auch nicht mehr viel vor uns singapur japan usa also schon im kasten mexiko brasilien und australien habe ich gerade erst aufgenommen und saudi arabien und vre kommt da noch und dann ist die saison vorbei ob es das dann damit war weiß ich noch nicht genau aber wahrscheinlich so der plan genau und nhl 23 habe ich auch schon eingeschrieben bald kommt das spiel hier seht es 14 oktober wird es rauskommen und dann werden wir auch nhl display mit den löwen frankfurt wie geplant ja und der letzte slot das sind halt die spontan videos die videos die nicht so geplant sind beispielsweise wer wird millionär steht da drin aber auch die ins game folgen werden hier reinkommen sobald da die nächste folge aufgenommen ist let's raps videos steht da ja auch und halt irgendwelche spontan tier lists oder ne spontane videos halt die noch unregelmäßiger kommen ich denke mal damit hat man eine ganz gute übersicht zum einen ich damit ich weiß okay was sollte jetzt aufgenommen werden zum einen aber oder zum anderen aber auch ihr damit ihr einfach wisst okay da und da kommt was und ich denke mal so ist das ganze ganz gut einst ja strukturiert und eingeplant pcm kommt jetzt natürlich sehr sehr viel jeden zweiten tag eine folge mit der wuelta ich denke mal da werdet ihr auch nicht böse drum sein aber klar ist natürlich auch dass das auch nicht unbedingt immer so bleiben muss auch bei meiner pushbikers auch bei minecraft oder so es kann immer mal sein dass meine folge ausfällt jetzt in naher zukunft wahrscheinlich nicht weil ich ja jetzt durch den urlaub ein paar folgen aufnehmen kann aber in der zukunft ist das mal möglich ja soviel dazu das wollte ich noch mal erzählen und wir hören uns dann in einem anderen video bis dahin macht's gut und tschüss sagt euer fritte